Hallo, mein Name ist Alexandra Wünscher und ich lebe und ich arbeite in Weiz. Vor ca. 23 Jahren habe ich mir überlegt, wie ich meine Kreativität in Verbindung mit Menschen unter einen Hut bringen kann. Daraufhin hatte ich die Gelegenheit, eine Lehre als Fotografin beim Meisterbetrieb Meier in Weiz zu beginnen. Damals konnte ich es mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich so lange im gleichen Betrieb arbeite und dass ich so lange den gleichen Beruf ausüben werde. Aber es hat mir immer mehr Spaß gemacht und dann sind die Jahre vergangen und vor einiger Zeit hat mich mein Ex-Chef gefragt, ob ich seinen Betrieb übernehmen möchte. Und im September 2013 habe ich dann diesen Sprung gewagt und bin sehr glücklich darüber. Ich liebe es, Freude in das Leben von Menschen zu bringen. Ich liebe es, dass ich bei wichtigen Momenten dabei sein darf und ganz wichtige Momente festhalten kann für die Ewigkeit. Zum Beispiel wie bei einer Hochzeit bin ich mitten im Geschehen. Ich möchte einfach, dass alles so bleibt, wie es ist, weil genau so passt es einfach und es macht einfach Freude. Voten Sie mit! Wählen Sie den Super-Nachfolger, klicken Sie follow-me.nachfolgen.at und bestimmen Sie mit, welcher steirischer Nachfolgebetrieb den Follow-me-Award gewinnt. follow-me.nachfolgen.at Gewinnchance inklusive! Kommunik riding Musik Check dieικόbefest.com